Moin, liebe Sports-Freunde, euer Goeck am Start. Eine neue Folge Gummi-Goecki. Die letzten kamen gut ab und ich dachte, eine Sache, die fehlt dir ganz klar noch. Belgische Protein-Waffeln. Wenn man abends nochmal so Bock hat, irgendwie sich eine Waffel zu machen, wir haben neuerdings auch ein Waffeleisen, deswegen nutzen wir es auch hin und wieder. Und wie immer bei mir natürlich wenige Zutaten. Ihr solltet nicht erst irgendein komisches Flavor kaufen müssen für den Geschmack. Ihr braucht kein Protein-Pulver. Ganz einfach und simpel gehalten. Guckt mal, hier haben wir die Zutaten. 90 Gramm normales Mehl und dann haben wir eine Packung Körniger Frischkäse, 300 Gramm. Körniger Frischkäse. Ich glaube, Hüttenkäse sagt man auch dazu. Cottage Cheese. Hat drei verschiedene Namen, aber das ist einmal dasselbe Produkt tatsächlich. Und ich habe hier sogar den mit Magerstufe, also mit deutlich weniger Fett. Wir haben hier auf 100 Gramm tatsächlich nur 0,4 Gramm Fett. Und dann haben wir hier allein schon eine richtig geile Protein-Bombe mit. Dann kommen noch zwei Eier rein. Halbe Packung Backpulver kommt rein. Und dann einen kleinen Kompromiss können wir eingehen, müssen wir aber nicht. In meiner Welt sind Waffeln sowas zum Toppen. Das heißt, die Waffel an sich muss nicht extrem süß sein, aber ich mag eher ein bisschen süßere Waffeln. Dementsprechend habe ich hier gleich am Ende 10 Gramm oder einen Esslöffel Erythrit. Erythrit ist ein mehrwertiges Alkohol. Hat 60 bis 70 Prozent Süßstoff oder Süßungskraft vom Zucker. Also nicht ganz so stark wie Zucker. Einziges Problem, was damit auftauchen kann, ist, wenn ihr euch zu viel davon reinballert. Kennt ihr vielleicht noch von der FIBO. Wenn die Leute immer quasi die ganzen Proteinriegel überall testen, essen, dann sitzen sie alle auf dem Scheißhaus. So, wir gehen mal auf die Nährwerte deswegen ein. Das ist ja jetzt für mehrere Waffeln. Wie viele am Ende rauskommen, das müssen wir mal gucken. Das sind am Ende 707 Kilokalorien. Ich vermute mal so 5 bis 7 Waffeln kriegen wir raus. 80 Gramm Kohlenhydrate, 61 Gramm Eiweiß. Wenn wir Glück haben, haben wir so ungefähr 10 bis 15 Gramm Protein pro Waffel und 13 Gramm Fett. Also wirklich top Nährwerte. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ist wieder super einfach. Wir brauchen einfach eine Waage. Zack, machen die einfach mal an. Dann haben wir hier mein Ding drauf. Und ich habe von meiner Freundin gelernt, erst die flüssigen Zutaten, dann die festen. Dann vermischt sich das besser. Ich sage es immer wieder, Gourmet-Gurki ist keine krasse Kochshow. Ich bin nicht der Sternekoch. Ich mache das so wie die meisten. Einfach, es muss schnell gehen, man muss es nicht gut können. Es muss am Ende einfach nur schmecken. Flüssig, hat sie gesagt. Dann würde ich sagen, sind wir natürlich mit den Eiern zuerst dran. Die kloppen wir mal rein. Immer aufpassen, dass keine Schale reinkommt. Die Eier sind drin, die hätte ich aber nicht abbiegen müssen. Jetzt machen wir den Frischkäse ganz einfach. Hier machen wir die 300 Gramm. Einfach die ganze Packung rein. Easy peasy. Wie gesagt, die Magerstufe mit weniger Fett. Jetzt denke ich, können wir besser schon mal, ja, eine Freundin macht hinter der Kamera gerade den hier. Also lieber schon mal ein bisschen verrühren, dann haben wir schon mal Konsistenz. Man kann das Ganze auch mit dem Mixer machen, aber ich bin so der Typ, der halt beim Backen und Kochen auch noch seine Arme trainieren möchte. Ja, ich kriege hier gerade den Schneebesen. So, jetzt gehen wir mal in den Feinschliff hier. Jetzt kommt das Bizeps-Training. Müssen wir mal gucken. Ich bin mal gespannt. In der Regel macht es bei einem Waffelteig schon Sinn, dass er so sehr cremig ist. Bei dem Körnigen Frischkäse müssen wir das erstmal hinkriegen. Aber ihr seht schon, Bizeps ist auf Spannung, ja. Geht tief. Ich habe heute den Rücken trainiert, da war der Bizeps als Synergist auch schon anteilig beteiligt. Das heißt, ich hoffe, dass ich morgen keinen Muskelkater kriege oder in meine Superkompensation rein trainiere. So, ich würde sagen, wir haben Zeit, jetzt mal das Mehl reinzuknallen. Ah, ihr seht schon, easy peasy. 90 Gramm Mehl machen wir rein. Da muss man aufpassen, dass es auch passt. Ihr seht schon, das ist schon vom Teig viel. Also ich denke, fünf Waffeln kriegen wir safe rein in das Eisen. So, halbe Packung Backpulver. Ich glaube, das ist relativ easy. Das kriege ich hin. So nach Gurky-Augenmaß, ja. Ja, safe. Ja, lieber ein bisschen mehr, sonst geht es nicht auf. Und dann würde ich sagen, nehmen wir noch, ich weiß nicht, ob das genau ein Esslöffel ist, aber machen wir mal einen Esslöffel. Ja, komm, das ist fast das Ganze. Das haben wir ja schon abgebrochen vorher. Sollte passen. So, umrühren. Und dann haben wir eigentlich schon den fertigen Teig. Also diesmal ging es auch wieder recht einfach und schnell. Es ist noch, guck mal, von der Konsistenz noch ein bisschen dick. Ihr könnt natürlich auch alternativ, wenn ihr sagt, Erythrit, mehrwertige Alkohle, dann nehmt einfach Zucker. Ein bisschen Zucker ist auch nicht schlimm im Esslöffel. Oder so Agavendicksaft oder so. Oder ihr könnt auch euren Superhonig nehmen. Ist doch anstrengender. Nock meinte vorher so, nimm unbedingt den Mixer. Ich so, nee, das ist Training für die Arme. Wir müssen das bei Hand machen. Sonst wird es eher komplizierter, wenn wir noch ein Küchengerät extra dafür brauchen. Aber ich denke, auch wenn es nicht perfekt cremig am Ende ist, können wir das gleich super reinhauen. Und ja, kriegen wir schon noch flüssiger. Ein bisschen körnig ist es noch. Ich hoffe, das ändert nichts am Ergebnis. Also wenn ihr den Mixer habt, nehmt den Mixer. Es lohnt sich. Es geht schneller. Ich bin ehrlich gesagt hier nicht so krass involviert in das Art Waffeleisen, weil das auch meine Freundin meist nutzt. Ich hoffe, das ist jetzt vorgewärmt. Gucken wir mal, ob das hier alles funktioniert. Ich glaube, man kann das so überlappen von links nach rechts, dass die Hälfte gleich daneben landet. Teilen wir das noch ein bisschen. Boah, ich bin mal gespannt. Das gehört aber zu Gummigörgirchen auch dazu, dass die Dinge manchmal schief gehen und nicht mal perfekt aussehen. Bin mal gespannt. In der Regel müsste das ja dann gleich grün leuchtet. Ich hoffe, wir kriegen so fünf, sechs raus, weil dann hätten wir echt gute Nährwerte bei einer Waffel. Also das ist dann schon echt eine gute Alternative. Und wenn das schmeckt, boah, dann werde ich mir die öfters auf jeden Fall machen. Wir haben es noch so ähnlich gemacht, auch mit Eiweißpulver, weil ich dachte, heute machen wir es mal ohne Eiweißpulver. Weil mich das am Ende schon so ein bisschen nervt, dass alle nur noch, gerade bei TikTok, Instagram, nur noch Rezepte mit Eiweißpulver machen. Und ich habe auch so ein bisschen geguckt, so mir ein bisschen Inspiration holen wollen für die Waffeln. Und du findest bei YouTube wirklich nur Waffeln mit Eiweißpulver. Haben wir mal ein bisschen nachgedacht, was können wir machen. Jetzt testen wir das mal aus. Und wenn die geil wären, Leute, dann müsst ihr die nachmachen. Ja, nach drei Minuten gucken wir mal. In der Regel sollte ein Waffeleisen auch anzeigen, wie lange die rein müssen. Ich glaube, es sieht gut aus. Ey, kleiner Tipp haben wir auch mal wieder verpennt. So ein bisschen Butter oder so ein bisschen Öl, damit das nicht festklebt. Das könnte jetzt das nächste Problem sein, dass die hier unten so ein bisschen kleben. Aber, aber, geht doch. Also geht auch ohne. Zack, so sieht es geil aus. Kann man machen ohne. Gerade hat es funktioniert. Wir wollen uns ja die Kalorien aus dem Öl sparen. Wir noch ein bisschen. Zack, 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 zack. Geil. Bin ich ein bisschen stolz. Auch mit Hindernissen klappt das immer ein bisschen. Und die nächsten zwei. Schauen wir mal. Langsam öffnen. Auch wenn sie vom Innen ein bisschen weicher sind, ist das auch geil. Also sechs kriegen wir auf jeden Fall raus. Dann sind das echt Top-Nährwerte. Jetzt haben wir nochmal fünf und sechs am Start. Sehr geil. Die haben wir jetzt ein bisschen länger gelassen. Dann klebt die auch nicht so. Perfekt. Und jetzt noch die letzte, die siebte. Wir gucken, was wir für ein Topping noch finden. Ob wir noch irgendwie was drauf machen. Macht immer Sinn. Man kann das Ganze natürlich auch am Ende herzhaft essen. Man könnte es theoretisch wieder Frischkäse oder Hüttenkäse oben drauf machen. Dann vielleicht noch ein Spiegelei oder so. Auch eine sehr, sehr geile Alternative. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Okay, Nummer sieben. Hoffen wir mal, dass auch die noch was wird. Oh, die war schon sehr lang jetzt drin. Egal, wird schon klappen. Ich habe mal für euch bezäglich die Nährwerte ausgerechnet. Quasi muss man einfach nur durch sieben gehen. Eine so eine Waffel hat jetzt 101 Kilokalorien. Sie hat elf Gramm Kohlenhydrate, ganze neun Gramm Protein und nur zwei Gramm Fett. Ich würde sagen, das sind Top-Werte. Da kann man nichts sagen. Sieben Stück isst man ja auch nicht, wenn man denkt, aber wenn man jetzt gerade in einer Diät vielleicht zwei, drei isst, ist ja schon ordentlich was und man hat nur 300 Kalorien. Toppen, wie beliebig. Ihr könnt das deftig machen, ihr könnt das süß machen, ihr könnt Peanut Butter, ihr könnt natürlich Nutella drauf schmieren. Ich mache mal hier so eine Low-Variante. Das ist von MyProtein. Könnt ihr mit dem Code Gurgi bei MyProtein hohen Butterscotch. Das ist quasi ohne Kalorien. So ein Zero-Ding. Und dann gehen wir so ein bisschen drüber. Einfach Blaubeeren oder Heidelbeeren. Und ich esse die tatsächlich, und ihr glaubt auch nicht, ich esse die gefroren. Ich mag das. Ich finde das geil. Ihr könnt natürlich vorher auftauen oder ihr könnt auch Frische nehmen. Aber rein für die Optik machen wir die jetzt mal hier drauf. Dann habt ihr auch mit den Blaubeeren, mit der Version, mit dem Topping, wie ich das hier gerade mache. Das sind ja keine Kalorien. Also 100 Gramm Blaubeeren haben irgendwie 35 Kalorien oder so. Das sind 700 Kalorien. Das sind 61 Gramm Eiweiß. Diese Haufen. Also ziemlich, ziemlich geil. Guckt euch das mal an. Wie gesagt, 9 Gramm pro Waffel. Und ich habe gerade schon mal so eine Kante abgezogen. Richtig lecker. Aber wir machen jetzt nochmal die Verköstigung live. Und ich breche für euch mein Fasten. Aber wir haben 18 Uhr. Ist ja abends. Eigentlich darf ich fast. Ich esse aber meistens erst um 21 Uhr. Geil, oder? Ich würde sagen, dann wollen wir mal. Und das Ganze, denkt dran, kein Schunky-Flavor, kein Eiweißpulver oder sonst was drin. Ist auf das Erythrit eigentlich natürliche Zutaten in Anführungsstrichen. Komm, machen wir so eine Ecke raus. Guckt mal, seht ihr das? Von innen ist es wirklich weich und von oben wirklich crispy angebraten. Boah, ist kein Scherz, ne? Hier haben wir auch schon andere Waffeln gegessen. Es gibt auch hier diese ganzen Waffelläden in Berlin, wo einfach nur Zucker drin ist. Ich schmecke keinen Unterschied, wirklich nicht. Es schmeckt wirklich gut. Also wirklich sehr gut. Macht das bitte nach, Leute. Es ist ein geiles Rezept. Super schnell gemacht. Ohne schlechtes Gewissen. Diätfähig. Ganz wichtig, Leute. Kommentiert, wenn ihr das gemacht habt. Und verlinkt mich in der Instagram-Story. Haben auch schon viele bei der Pizza gemacht. Dann sehe ich, dass ihr das nachgebacken oder gekocht habt oder wie doch immer. Und ja, abonniert den Kanal für mehrere solche Gourmet-Gurky-Rezepte. Dann bleibe ich für euch dran. Und ich würde sagen, gönnt euch. Bis bald. 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 Vielen Dank.